Es gibt wieder Heroes of the Storm, die Dailies warten und auch mehr? Sehen wir aber erstmal das Intro. Hallo zusammen, mein Name ist Fitzfuchs und es ist wieder soweit. Alle zwei, drei Tage, ihr wisst. Mittlerweile packe ich die Dailies aus hier in dem Spiel, spiele die schnell weg. Und was müssen wir denn spielen hier? Wir müssen Diablo oder Starcraft Held spielen und wir müssen Spiele gewinnen. Das heißt, wenn es gut läuft, zwei Spiele. Wenn es schlecht läuft, vier Spiele. Wenn und wenn die da sagen, wir gucken mal. So, also, Diablo oder Starcraft Held. Auf was habe ich denn Bock? Sieh an, Imperos spiele ich aktuell so gerne. Aber wir können doch mal Mephisto spielen. Den mag ich zwar nicht so zu 100%, aber dann haben wir es hinter uns. Also machen wir mal mit, machen wir mal Mephisto heute hier. Vielleicht kriege ich die Dailies auch schon so weg und ich habe noch Bock auf einen Diablo spielen. Äh, auf einen Starcraft Helden spielen, mehr oder so. Das sehen wir dann. Aber mal gucken. Was mache ich hier denn? KI? Och, nicht KI. Moment, da gehen wir direkt wieder raus. Äh, verlassen. Das war ja, ich wollte gerade sagen, warum lädt er so schnell? Nein. Ai, ai. Nell-Suche natürlich. Ja, ich hätte sehen sollen hier. Ich habe mich verklickt. Es geht natürlich auch gegen die KI. Das geht auch, aber... Hallo Busy, schön, dass du reinschaust. Wann wieder wie im Immortals? Ist eine gute Frage. Weil ich habe jetzt ein, zwei Tage Pause gemacht. Ich fange jetzt mal an mit Heroes of the Storm. Vielleicht noch ein paar roten Overwatch und wahrscheinlich dann. Ich habe schon überlegt, ob ich es dann heute Abend noch mache. Also, bis circa elf bin ich ja da. Da ist noch viel Luft. Mal schnell die Dailies weg hier. Dann vielleicht noch ein, zwei roten Overwatch. Die gehen ja auch nicht so lange. Dann wäre es mal wieder Zeit. Mal gucken. Vielleicht macht es zuerst die Mortals und dann noch Overwatch am Schluss. Das sehen wir dann. Ja, ich will das Spiel ja auch durchkriegen. Aber ich muss halt auch dazu sagen, ich bin, was so Open-World-Spiele angeht, ja, schnell überdrüssig. Weil es dann manchmal doch mehr vom Gleichen ist. Bei Immortals ist es noch nicht so schlimm. Weil ich sage immer, das beste Beispiel ist Ghost of Tsushima, wo ich ab der zweiten Hälfte keinen Bock mehr hatte mit der zweiten Insel. Und auch jetzt keinen Bock habe, das Spiel zu starten noch, wenn es ein schönes Spiel ist. Man muss halt einfach dann durchbeißen. Man muss durchbeißen und sagen, ich spiele jetzt einfach weiter, weil... Aber dann sage ich doch lieber ein kurzes Spiel, was nur statt 100 Stunden 50 geht, wobei es auch noch eine Menge. Oder spiele ich durch und sage, ach, war das ein geiles Spiel. Als dass ich sage, oh, ich habe es aufgehört, weil es war mir zu lange. So, ich und Mephisto. Yay. Deswegen ist es bei mir immer so eine Sache. Es kommt noch das Spiel raus. Heißt es Kenia? Kenia? Spirits of Irgendwas? Da bin ich sehr froh. Habe ich jetzt gehört, es soll kein Open-World-Spiel werden. Kommt für PC, für Epic Store leider ex-exclusive. Kann man sich drüber streiten, ob das gut ist oder nicht. Und für die PS5. Und es ist auch super niedrige Comic-Grafik. So ein bisschen Heroes of the Storm-mäßig, Overwatch-mäßig, der Grafiksteam, Breath of the Wild-mäßig. Und, äh, ja. Auch sehr, sehr action-lastig. Gefällt mir das Spiel. Soll im März kommen. Das wird auf jeden Fall gezockt dann, wenn es da ist. Oh, das ist vom Asmodan. Also, der steht hier irgendwo rum. Ja, da drüben. Das ist dann der Kugel. Der Hund. Gott sei Dank, kann hier oben noch reinlaufen. Will das mal hier? Aha. Das Modane ist schon hart. Schon hart, der Held. Shit. Ich muss den Helden halt treffen, ne? Zehnmal oder so. Ne, 40. Was? Will mehr Damage, ne? Ah, das ist immer wichtig, ihn zu treffen. Hat er abgegeben? Ja, hat er. Okay, was haben wir hier denn? Scheidelgeschoss heilt. Passiv. Regenerationskugel aktivieren. Hass. Snowball erzeugt ein Schild. Das klingt gut. 15 Stück. Wo ist denn unser Freund Asmodan? Versuch mal abzugeben. Geh wieder hoch. Wir haben Erfahrung. Sollten halt unten nicht sterben. Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich mich davon beeinflussen lasse. Fuck, 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 fuck. Oh, das war dumm. Er kriegt mich, der Hund. Er kriegt mich. Das Porten war dumm. Das Porten war dumm. Da sieht man mal, wie wenig ich den spiele. Wir haben noch 20 Stück an da gehabt. Und er abgeben kann, wäre gut. Sehr gut. Bisschen wir mal unten mit hier. Haben wir? Refekt. Fuck, verklickt. Fuck, verklickt. Wir haben uns schon abgeliebt. Weck da, weg da, weg da. Weck da jetzt. Wir haben gut gerockt. Aber wir dürfen es nicht übertreiben. Das ist eine gute Idee. Brauche ich denn noch viel mehr Damage? Noch ein bisschen. Wie er lacht. Schüt, 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 schüt. Schüt, schüt, schüt. Schüt, schüt. Schüt. Schüt, schüt. 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 Haben wir gleich hier die Spinne. Dann müssen wir mal ratzfass in die Mitte. Oma war auch gesaved, wunderbar, war gut. Jetzt haben sie uns echt abrasiert, aber warum, in den Ultis oder was? Er ist nicht der Beste. Haben wir jetzt auch doof drangestellt, aber er hätte viel früher abhauen müssen. Der Morales Spieler. Der macht auch nichts gegen alle. Hätte er Glück gehabt, ne? Hätte er Glück gehabt. Und sonst da jetzt gut in der Mitte gekillt, ne? Mein Ulti war irgendwie scheiße. Der ist kacke. Kanalisiert zwei Kursiker und deckt alle gegnerischen Helden auf. Fügt in der Kanalisierung alle Schaden zu. Ja, das hat irgendwie nicht gescheit geklappt. Also, ja, Hatzka hat irgendwas gemacht. Aber ich bin wirklich sicher, dass er was gefruchtet hat. Deswegen, ich bleib dabei. Der ist einfach nicht mein Held. Da spiele ich ihn falsch. Vielleicht traf ich es nicht. Aber ich habe so viele Helden, die ich gerne spiele. Auch Spaß habe mit denen. Und bei ihm ist es eher so, naja. Aber das gibt's, ne? Nicht jeder Held liegt einem. Dann spiele ich ihn auf Stufe 5. Und dann habe ich andere Helden, die ich lieber mag. So, komm jetzt, ne? Wenn wir hier noch was, oder? Nicht wirklich. Ja, die Ultis sind super hart. Super hart. Da machst du ja nix. Warum die jetzt noch da vorne stehen bleibt, könnt ihr mir irgendwann mal erklären. Die habe ich schon wieder abgegeben. Shit, ey. Schade. Es sah gut aus, dass wir das gewinnen können. Aber jetzt bezweifle ich es. Sind noch nicht alle Tage Abend, aber... Es wird auf jeden Fall schwer. Ja, das ist jetzt schon ein Nachteil. Wo sind sie wieder alle? Ach, ich habe auch ein Pech, ey. Glück gehabt! Glück gehabt! Hinterher und ich habe mich zurückgeportet. Alter, war das knapp. Aber wir verlieren das. Die haben so viel Stun. Die haben so viel Stun. Das wird hier, glaube ich, nix. Und Stun dominiert das Spiel. Die haben so viel Flächenschaden. Und Stun sie mit ihrem nerft ist. Er mit seinem Ulti. Der Morales traut sich hier zu viel. Und hat meines Erachtens auch falsch geskillt. Er hält zwar viel aus, aber er kann alleine auch nix reißen. Beziehungsweise er versucht es und stirbt dann. Kommen wir noch dazu. Ich bin als Damage Dealer hier auch nicht gerade der Beste. Weil ich einfach den Held einfach nicht so mag. Mephisto, ne? Den Namen schon kurz entfallen. Ich versuche mal ein Camp zu machen. Das geht ja sehr gut hier ab. Und den Ulti, den ich habe, der ist irgendwie auch nicht so... Ist halt nicht mein Spielstil, der Held. Aber die Runde kriegen wir auch rum. Und äh... Dann packe ich den irgendwann nochmal aus. Ja. Um den auf Stufe 5 zu kriegen. Weil das wird nicht reichen. Mit der Niederlage hier. Und das Camp war wichtig. Jetzt werden sie das Camp hier machen. Weil wir kommen da wahrscheinlich nicht rechtzeitig hin. Kann man versuchen abzugeben, ne? Oder haben wir denn zu wenig? Das reicht gar nicht. Das Trauer... Ein Trauerspiel ist das. Ah ja, das ist auch das, was ich bemängele. Bemängele ich bei Overwatch nicht ganz so schlimm wie bei Heroes of the Storm. Die kann so gut wie immer ihren Anzug rufen. Wenn sie ihn gerade brauchen. Das ist super nervig. Da, also mein Ulti, der ist irgendwie machtlos. Der macht hier überhaupt nichts. Also ich stehe hier kanalisiert alle gegnerischen Helden. Füge den 696 Schaden zu und verlangsamt sie. Den Schaden den habe ich nicht wirklich gesehen. Also ich... Da waren ein paar Low dabei und... Ich schätze es auch falsch ein, aber... Der Ulti ist wirklich fit für die Katz. Und der andere, den er hat, den habe ich auch schon mal ausprobiert. Der war mir auch nicht gefallen. Muss aber auch dazu sagen, die haben einen guten Stun. Die spielen gut, das gegnerische Team. Und das ist es halt. Der Heddy jetzt gehabt und sie kann natürlich sofort ihren Anzug wieder rufen. Ja, so ist der Held halt, ne? Der ist halt eine fiese Kombo, dass die einen Helden gerade haben. Wer haben sie denn als Heiler eigentlich? Räger, ne? Ja. Räger auch einer mit der besten Heiler im Spiel. Ich bin von... Wie heißt der? Luna bei uns, ne? Ne, Tyrande. Tyrande. War ich noch nie so überzeugt als Heiler. Ja. Oh, sind wir dicken gemacht. Tschi, tschi. Ja, was rennst du denn jetzt da rein? Oh, was haben wir denn hier? Explodieren. Ich weiß nicht, was das was bringt. Na, der reißt noch einen Forter ein. Oh, wurden schon durchgepusht. Na, dann ist es gleich zu Ende. Dann neues Spiel, neues Glück, ne? Na, sie haben die Spinnen noch abgegeben. Haha. Ja, mit dem anderen Held bin ich auch besser dabei. Was ist mit ihm? Da müssen wir mal die Mitte safen, ne? Also ich werde mein Ulti gleich wieder zünden, aber der wird wahrscheinlich nicht viel reißen, ne? Trifft er alle auf der Map, egal wo ich stehe? Das testen wir jetzt, komm. Ah, sieht so aus, ne? Ja, aber es ist ein schlechter Scherz, also... Ich raff den Ulti wohl nicht gescheit, weil... Schaden ist anders. Das ist eher... Hier, ich drücke auf ein Knöpfchen und es passiert optisch was, aber das war's. Ich weissens... Na, ein Held noch, dann habe ich weissens die Quest fertig. Was kriege ich das noch hin? Ich hab's schon. Oben, oben, oben. Schade. Nur einmal die Spinnen geholt, ne? Ja. Okay, komm, ich will die Ulti noch, ich will... Also pushen sie gerade zurück. Komm, ihr werdet doch noch... Jetzt kommt der Ulti-Rega von Rega, ne? Es ist so bitter. Es ist so bitter. Was machst du denn da oben? Juhu! Aber ich kann da auch nichts machen. Ich sterbe jetzt noch. Ah, fuck, jetzt... Stellen sie sich genau dahin. Ah, sag nicht. Komm, ich hau nochmal mein Ulti raus, weil ich's kann. Ja, bisschen Damage macht er schon, aber im Verhältnis ist das irgendwie nix. Wir kriegen da nicht einen Helden um. Ah, wir haben einen! Nein, nein, nein! Verdammt. Wir haben wenigstens einen noch umgekriegt. Es war eine fiese Kombo. Es war einfach eine fiese Kombo. Was nehmen wir noch? Vom Hass verzehrt. So, was macht mein Ulti jetzt mehr? Mhm. Vielleicht können wir nochmal an der 6 Sekunden. Solange wird's nicht mehr gehen, das Sprenglas gehen. Ah ja, Zahnspiel Nuden in der Regel einen Use of the Storm game, ne? Das ist ja ganz normal. Podium returns to this world. Dein Fall ist unter Attack! Dein Fall ist unter Attack! Und hallo, Arthur Dent! Schön, dass du reinschaust! Was hast du denn da für ein Emoji gewählt? Lustig! You better know me! Ah ja, 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 ja! Der sagt mir natürlich auch was, ne? Äh, ist der nicht Use of the Storm Kommentator? Habe ich das nicht richtig in Erinnerung? Stitches, ne? Ah ja, stimmt. Es ist lange her, dass er Kommentator war, weißt du? Was macht er denn aktuell? Schon noch irgendwas, oder? Spiel TFT. Okay. TFT. The Frozen Throne, weißt du? Oh, wir haben nochmal die Spinnen abgegeben. Was? Oh, sie haben über den Dicken gemacht. Oh, leck doch die Katze am Arsch. Teamfight Tactics. Okay. Ja, okay. Stimmt, das punktet ja auch gerade. Habe ich, habe ich auch noch nicht, habe ich noch nicht so wirklich probiert. Wir müssen den aufhalten, bevor er an die Base kommt, sonst... Oh mein, Ulti raus. Vielleicht springst du noch was an. Ne, der läuft durch. Okay. Du musst mit allem drauf gehen, aber der eine pusht in der Mitte mit. Ich weiß auch nicht, was... Also wenn du so Teammates hast, die Luck gesoffen haben, oder? Wir müssen diesen jetzt killen, sonst ist das Spiel rum und der pusht in der Mitte gegen. Es geht mir nicht in den Kopf. Es geht mir nicht in den Kopf. Es geht mir nicht in den Kopf. Rein. Ah, vielleicht, ha? Wird das noch was? Ah, nicht wirklich. Was macht denn der da unten jetzt? Junge! Junge! Mein Gott! Mit Hieros war nichts mehr zu verdienen, seitdem es nicht mehr competitive ist. Ich habe gehört, die haben die Entwicklung ein bisschen zurückgeschraubt, ne? Arthur. Also es kommen nicht mehr wirklich Helden raus. Oh, was eine miese Taktik. Jetzt sprengt der noch. Es kommen nicht wirklich neue Helden mehr raus. Es ist nicht wirklich... Also die Entwicklung ist ein bisschen eingestellt worden, ne? Das habe ich mitbekommen. Allzeit auch das schwächste MOBA auf dem Markt. Das muss man leider auch gestehen, aber ich habe trotzdem Spaß dran. Aber ich kann dann verstehen, dass er dann sagt, da muss ich was anderes machen, ne? Wo denn? Wem denn? Also, es ist hier noch nicht rum. Es ist hier ja wahrscheinlich rum. Aber es ist noch nicht rum. Jetzt machen natürlich alle Camps. Vielleicht können wir das Camp noch machen. Aber da sind sie wahrscheinlich auch schon, ne? Ich versuche mein Glück, aber ich kriege gleich Besuch. Das war jetzt schon. Nee, ich kann das nicht machen. Kommen jetzt eh jeden Moment, ne? Komm schon, liebes Spiel! Nichts viel weg hier. Nichts viel weg hier! Das... Das... Ja, also... Das Problem, was ich halt immer sage, ich kann mit League of Legends nicht viel anfangen, weil ich damals Dota gespielt habe. Noch zu Warcraft 3-Zeiten. Und deswegen Lira mal ab und zu eine Runde Dota spiele. Aber das wird für dich dann wahrscheinlich genauso langweilig sein. Also es ist hier quasi das gleiche Spielprinzip. League of Legends und Dota, nur die Helden sind ein bisschen anders. Deswegen, äh... Aber ich werde... Ich werde halt auch mit League of Legends nicht warm. Dann mag ich lieber nur noch die Abwechslung, die es hier gibt. Und danke für deinen Follow. Freut mich. Und ich muss hier weeeeg! Oh, Ulti raus. Ich bin für das Team gestorben. Oh, ich bin für das Team gestorben. Lass mich raten, der andere pusht wieder. Ne, da steht AFK in der Base rum. Jetzt stehst du AFK in der Base rum, oder was? Naja. Ich weiß, was du meinst, Arthur. Also ich finde es ja auch ganz gut, dass das Team levelt. Ja, und nicht, dass da einzelne Spieler levelt. Das mögen aber Leute auch teilweise nicht. Die wollen mit ihrem Helden einfach alleine leveln. Die wollen alleine besser sein, dass sie sagen können, ich habe das Team gecarried. V.P. Genau. Stupid AFK. Beleidige die Leute, weil du warst mit die Gurke vom Herrn hier in dem Team. Muss ich leider wirklich sagen. Du bist alleine reingerannt, gestorben an Stellen, wo es keinen Sinn gemacht hat. Du hast gepusht wurde, steffen müssen. Aber wir sind schuld. Du bist besser. Und aus dem Grund werden so Spieler leider nie besser. Warum voten die den denn? Ne, der war noch ganz okay. Der ist doch auch immer nur gestorben und hat... Naja. Gut, ich reg mich auch rauf, ne? Ist klar. Aber... Ja, das ist es halt. Ich spiele hier so ein bisschen die Dailies als weg im Stream. Pusch meine Helden auf fünf, wo es noch fehlt. Dass ich mir wieder Gold verdiene, bis ich die restlichen Helden kaufen kann. Wie du hier siehst, ich habe eigentlich schon sehr, sehr viele. Mir fehlen nur noch die letzten... Oder... Mir fehlen halt nur noch vier... Stück. Und der ist jetzt auch teuer. Und ich glaube, der fällt auch nicht mehr im Preis, weil kein Neuer mehr nachkommt, ne? Normalerweise fallen die doch im Preis auf 10.000 oder so. Ne? Also ich möchte sie gerne alle haben und ich habe schon viel, habe auch viel gespielt. Und ähm... Altsch, du meinst, der fällt noch im Preis? Und ähm... Der letzte war Hogger. Aber Hogger ist schon billiger. Und stimmt, du hast recht. Hogger ist der letzte, weil er ist ja auch im Titelscreen. Und ist er dann immer noch so teuer? Hm. Komisch. Da gibt's glaube ich... Vielleicht hast du eine Erklärung, ja? Aber... Ich suche sie gerade noch. Ähm... Ne, kann ich eh nicht spielen. Wartet mal. Wir müssen spielen Diablo oder StarCraft Held. Dann machen wir jetzt noch einen Diablo Held, dann haben wir die eigene Daily auf jeden Fall schon mal durch. Ähm... Da, da, da... Ja, nicht mehr Mephisto. Hol den nicht mehr. Irgendwann pushe ich den auf 5. Wir machen nochmal Imperios, den mag ich gerne. Sind wir auch auf Schnellspiel? Ja. Okay, go. Weil der Imba ist. Ja, super. Ich weiß, dass er Imba ist. Aber deswegen kann ich doch den Preis nicht oben lassen. Er hält ihm mal nichts. Ja gut, aber der hat ja nur die paar Rüstungen. Und wenn er tot ist, ist er tot. Den kann man glaube ich nicht heilen. Also mag ja sein, dass er Imba ist, aber... Was ist denn das für eine Bezeichnung? Da fühle ich mich wie bei Games Workshop früher. Hast du hier eine geile Armee zusammengebaut? Gebastelt und gemalt. Dann kommt ein neues Regelheftchen und deine Armee ist scheiße. Hol die andere Armee, die ist jetzt viel geiler. Dann fängst du wieder an hunderte von Euro auszugeben. Was ist denn wirklich nicht getan? Aber ich habe dann aufgehört. Ja, und so fühlt es sich genauso an. Oder er hält das jetzt kacke. Gibt es einen neuen? Musst du den kaufen? Oh, der kostet wieder 15.000 Gold. Ja. Ne, also das System... Naja. Wenn ein Tank mehr Damage hat, dann ist es falsch, oder? Ja, dann wäre er schon eher Frontbrecher, ne? Ja, ich weiß schon, was du meinst, Arthur. Also, ich finde auch beim Balancing müssen sie noch ein paar mal ran. Diese Ophelia, oder wie die heißt. Also dieses kleine Mädchen mit dem Rucksack, was eher ein Grab ist. Die haut ja so viel Damage raus. Die ist ja einfach gut und böse. Wenn da noch ein Avatour drauf sitzt, die macht alles alleine. Sag mal, dein Alterac Pass. Ach ja, das erinnert mich. Gestern im Stream habe ich mal wieder... Mal wieder das erste Mal überhaupt WoW ausgepackt. Und habe seit Jahren mal wieder gezockt und jetzt kommt direkt der Alterac Pass. Naja, gut. Es ist ein Blizzard-Spiel. Erwartet das schon, ne? Also das ist relativ wahrscheinlich. Zwei Spieler haben Boost aktiviert. Das ist doch schon mal nett. Queera. Queera, äh, die heilt sich für die Blöde. Das ist die mit diesem komischen Klingenmesser, ne? Glaub ich. Und das sind auch... Korrigier mich, wenn ich falsch liege. Aber das sind auch Helden frei erfunden in dem Fall, oder? Also frei erfunden bei Heroes of the Storm. Die haben kein irgendwie Background aus einer irgendeiner anderen Blizzard-Reihe, ne? Unter dem Motto, wir brauchen noch irgendwas, was keinen Sinn ergibt. Also packen wir es in die Kategorie Heroes of the Storm. Ich finde es ja grundsätzlich nicht verkehrt. Da kann man auch mal über den Tellerrand hinaus gucken, aber... Naja. Ich hab's dann doch lieber, wenn sie, äh, Warcraft, Starcraft oder Overwatch-Hintergrund haben. Wobei die Overwatch-Helden hier... Ich will nicht sagen, ich hätte sie nicht gebraucht. Aber sie sind teilweise auch recht imbar. Ich komm ja schon, also sterben schon wieder alle, oder? Oh ne, sie ging wohl ganz gut ab. Dann helfe ich halt ein bisschen mit. Ja, also... Auch die Entscheidung, dass teilweise Overwatch-Helden kommen für das Spiel. Aber... Dass, ähm... Dass, ähm... Der Held... Nova kriegt den Skin von der Widowmaker. Obwohl sie doch ein bisschen unterschiedlich sind. Nicht hundertprozentig, das sag ich ja gar nicht. Aber meines Erachtens doch schon unterschiedlich genug, dass es sich lohnt, zwei Helden draus zu machen. Aber, aber ja... Das ist die Frage, wo es... Ohne Scheiß. Reinhardt ist wirklich ein Held, wo ich sage, der macht noch, der macht noch richtig Sinn hier. Aber der ist leider noch nicht da, ne? Und sie haben die Ressourcen ja zurückgeschraubt. Ich frage mich, was die gerade programmieren. Ohne Scheiß. Shadowlands ist ja fertig. Klar, das gehört gepatcht. Das ist ein WoW. Aber... Und kriegt immer, kriegt immer wieder neue, neue Content-Dinger. Aber... Overwatch 2? Das... Da ist irgendwie nix mehr großartig zu hören. Ja, Blue sind sie dabei. Ist es okay? Warcraft Reforged sollten sie endlich mal fixen. Ich glaube, das passiert dieses Leben nicht mehr. Ich sag nur Ladder. Ähm... Und ähm... Ansonsten ist es ja... Ich frage mich, was die gerade machen, ne? Also... So einen Reinhardt würde ich hier gut finden. Das Problem ist nicht Besatz, sondern EA. Was meinst du denn jetzt mit EA? Was denn? Warum soll ich denn in die Mitte gehen? Leute! Wir fighten ja nicht in der Mitte, wir fighten auf allen drei Lanes. Ich komme in die Mitte, wenn es hier darum geht, das zu erobern. Du meinst nicht EA, du meinst Activision. Arthur. Was denn Rüstung gewährt Panzerung? Klingt immer gut. Ähm... Wurzeln Rüstung gewährt Panzerung. Klingt immer gut. Aber jetzt kommen wir runter hier. Warum potzernst du jetzt zurück? Wir müssen den Fehlenskampen beobachten. Aber sie werden versuchen, unseren auch zu beobachten. Deswegen sind ja auch viele von Blizzard nicht mehr da. Mike Moheim, der CEO, hat ja mittlerweile wieder ein eigenes Studio gegründet. Ich bin mal gespannt. Also der ehemalige Blizzard-CEO. Ich bin mal gespannt, was da noch von denen kommt, weil da viele alte Blizzard-Leute mit dabei sind. Und Konkurrenz belebt das Geschäft, ne? Wir sind gerade scheiße aufgeteilt. Nicht sterben, nicht sterben. Wir sind alle so low. Wir müssen weg. Trinkt leider nichts. Trinkt leider gerade nichts. Muss kurz recken. So. Ja, die haben viele Entscheidungen getroffen, wo man denkt, naja. Ich weiß, was du meinst. Wir kommen da nicht durch. Nein. Wir müssen Hider fokussen und das passiert nicht. Der kommt aber auch gut weg. Ja. Damage-Stealer stehen gut hinten. Ah, das wird glaube ich nix. Ich mein, Blizzard war halt immer eine Firma früher, die haben geguckt, was macht Spaß. Und haben Spiele entwickelt, auf die sie selbst Lust hatten. Immer. Und, ähm. Und dann haben sie geguckt, okay, und wie kann man damit Geld verdienen. Und das hat sich leider geändert. Genau ins Gegenteil. Also, okay, wie kann man Geld verdienen? Alles klar. Och, und wenn es noch ein bisschen Spaß macht, ist auch okay. Ich finde dieses Spiel hier super. Ich finde vor allem die Grafik, die Engine, ich finde das so schön, so knuddelig auch. So hätte ich mir ein Warcraft 3 Reforged gewünscht. Aber nein, es wurde ja das, was es wurde, ja. Also, das Spiel hier ist gut, so wie es ist. Es hätte nur, ja. Es hätte nur Support nicht aufhören sollen. Ja, klar. Wenn, wenn, das ist, also, ich, das, ich sehe es genauso. Also, ich stecke auf jeden Fall viel mehr drin, aber. Komm, ich habe ihn aufgepiekst. Jetzt killt ihn. Jetzt haut ihn doch rum. Na, endlich. Also, eh wieder los hier, ne? Ja, machen wir ein Mercenary Camp, ist eine gute Idee. Deswegen, was ist mit StarCraft 2, da passiert ja auch nichts mehr, ne? Da gibt es auch nichts Neues. Was? Man merkt halt so richtig, wie kann man die Kohle machen. Mit Hearthstone, Kartenpacks. Äh, mit, mit WoW. Und mit dem neuen Diablo. Und, äh, ja. Boah. Und Overwatch 2 zum Vollpreis verkaufen, obwohl es eigentlich nur ein DLC ist. Höh, 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 höh. Höh, höh, höh. Es gibt auch nichts Neues mehr. Echt nicht. Für, für, ähm, Hearthstone. Ich hätte gedacht, die hauen immer noch Kartenpacks raus. Also, wenn ich mich einlogge, was ich so gut wie nie mache, weil ich habe es gar nicht mehr installiert. Ähm. Dann sehe ich so viele neue Kartenpacks jedes Mal, wo ich denke, alles klar. Achso, StarCraft 2 meinst du? Naja. Ja, StarCraft 2 ist ja immer noch eine Größe im, äh, im asiatischen Raum, ne? Wo fährst du denn hin? Oh Gott, statt mir zu helfen. Okay, ich sollte mal da mitmischen. Ich sollte mal da mitmischen. Genug gedefft. Aua, 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 Schmerz. Jetzt ist er schon wieder unsichtbar, der Hund. Der ist aber auch fies, ey. Macht sich jedes Mal unsichtbar, kommt aus dem Nichts raus. Kann er nichts machen. Der ist wieder nicht der echte, natürlich nicht. Der ist schon wieder dreimal unsichtbar und wieder in fünf anderen Stellen. Ach, harte Held. Hat der Held. Harte Held. Komm mal, Heidel. Ich hätte gerne mal ein Spiel heute gewonnen. Auf die Abnot zu gehen ist eigentlich schon ein bisschen sinnfrei, aber... ... ... ... ... ... Ne, ne, ich muss zurück. Macht jetzt keinen Scheiß. Macht jetzt keinen Scheiß. Macht jetzt keinen Scheiß. Warum war nicht geportet? Auch weil wir schon wieder angegriffen werden. Ja, jetzt sterben sie da drüben, weil sie den Hals nicht voll kriegen, ne. Hätten sie lieber gewartet, bis sie wieder gereckt wären oder so. Jetzt, jetzt gehen sie alle drei drauf. Und, äh, ja, der Gegner gewinnt. Das ist halt bei Quickplay so, ne. Da kannst du halt manchmal Leute kriegen, die zu doof sind, eine Banane zu öffnen und von taktischem Verständnis keine Ahnung haben. Ich hatte aber auch schon oft Spiele, wo die Leute blind zusammenspielen. Ja. Und du hast recht, der verliert Seelen, ja. Ja, im, äh, im Rank mit Randoms ist es genauso. Natürlich. Problem ist halt, wenn du dir ein fixes Team suchst für Heroes of the Storm. Da musst du halt Zeit investieren. Und das kann ich, was heißt kann ich nicht, das möchte ich aktuell nicht. Dann macht's grad Spaß, alle Spiele so ein bisschen durch, querbeet durch die Band zu, äh, durch die Bank zu spielen. Und, ähm, dann spielst du einen ganzen Abend nur Heroes of the Storm. Und das ist auch cool. Das macht auch Spaß mit dem Team. Aber du musst dich halt wirklich zusammenspielen. Du musst dich auf die gegnerischen Picks einstellen. Du musst, äh, wirklich deine Helden gut können. Du musst, äh, mit deinem Team wirklich zusammenwachsen. Und meistens ist es so, du gründest ein neues Team, kommst gegen andere Teams, die sind eingespielt, da kriegst du auf den Sack. Und hast da keine Macht mehr. Das ist so die Kurzfassung. Hm? Weil ich weiß, mit den Leuten, mit denen ich zusammengespielt habe, haben wir eigentlich jedes Quickplay-Spiel gewonnen. Haben richtig geil dominiert, hat richtig Spaß gemacht. Und dann haben wir Rank gemacht und haben nur auf den Sack gekriegt. Ultisch und schon flüchten, aber es reicht trotzdem nicht. Naja, sollen sie Ende machen, mal noch ein Spiel und dann... Also mindestens noch zwei, leider, ne? Vielleicht gewinnen wir das nächste dann nur noch eins. Haben die noch Rega mit dabei, oder was? Auf jeden Fall muss ich gleich noch ein Starcraft Held spielen. Mal gucken, wenn ich dann noch nicht auf fünf habe. Oder, ob ich sage, ich packe Rainer aus, oder so. Ich nur regne den anderen komplett, weil der macht Schade wieder unsichtbar. Oh. Mach jetzt mal was verrücktes. Wow, ich mach ja gar keinen Damage. Einfach nur, um zu flüchten. Ich weiß schon, das soll Spaß machen, Arthur, das verstehe ich ja. Mir geht es ja auch um den Spielspaß. Aber nachdem wir halt, wie gesagt, jeden Abend Quickplay gemacht haben und das... Es macht ja auch keinen Spaß, wenn du jedes Spiel haushoch gewinnst. Oder immer, immer gewinnst. Nicht immer haushoch, aber immer gewinnst. Und dann wollten wir halt auch mal die Herausforderung haben. Und dann sind wir halt... Haben wir halt gewechselt zur... Zur... Ranked und dann... War es ein Trauerspiel. Haben wir es? Ach, der hat's. Der ist aber auch so nervig mit seinem Unsichtbarmachen. Kann man nicht anders sagen. Oh, aber der ständig abhaut, ständig wieder aus dem Nichts kommt. Der macht es gut, aber es nervt. Gehen wir nämlich wieder rüber. Oh, oh, ich weiß. Nein, 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 nein. Fuck, 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 fuck. Das war dumm. Das war dumm. Ja, steh am Rand. Es ist grad nervig. Es ist grad nervig. Weil die steht einfach nur hier unten und haut die Kugeln hoch, was super nervig ist. Und der andere nervt uns halt auch. Weil immer aus dem Nichts kommt und das Ding immer wieder einnimmt. Ist doch jetzt auch schon wieder unsichtbar, oder? Ist er das noch? Ja, ist doch schon wieder weg. Ja, die Kugel macht auch so viel Schaden. Das kommt halt noch hinzu. Die ist halt auch so fies. Und dann rennt er wieder rum, ne? Der Lackaffe. Das ist es halt, ne? Und jetzt los. Ach, die haben schon durchgepusht? Ja, okay. Dann ist das so. Dann ist das Trauerspiel zu Ende. Aber das war grad ne super nervige Helden-Kombo, weil... Ja, ich spiel Ming Li auch sehr gerne. Aber sie ist halt einfach richtig böse, ne? Wenn du noch skillst, dass die Kugel mehr Schaden macht, je weiter du weg bist. Und sie am Schluss nur erst eintrifft. Dann stehst du halt irgendwo, wo du super safe bist und haust immer nur die Kugeln raus. Und machst dann super viel Damage. Wie findet ihr das Meldesystem von Heroes of the Storm? Ja, nicht so knallt. Okay. 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 Also. Ich hab jetzt noch Starcraft-Helden. Und gewinnen. Haha. Ja. Dann machen wir noch ein Starcraft-Helden-Spiel. So. Schnellsuche. Helden. Starcraft-Universum. So. Da sind alle schon nur fünf. Da hab ich ja die freie Auswahl. Das ist schön. Ähm. Ich mag, wie man schon sieht, Carrigan sehr gerne. Die haut gut raus. Auf jeden Fall. Gerade im Nahkampf. Hab ich oft gespielt. Carr hab ich lange gespielt. Ah. Das ist die Frage, auf was ich Bock hab. Eilung nicht so wirklich. Ich könnte mir ein, zwei, ein Charge-und-Helden-Spiel vorstellen. Machen wir mal das. Kommt. Ready to roll out. Ah, die hat was. Ähm. Ich mag's. Sargent. Und er hat ihn. Ich wuchse aber auch Wasser. Was haben wir denn? Tempel des Himmels. Den hab ich auch sehr oft. Das ist aber okay. Ist auch... Ist eher für mich was für alte Leute. Ach, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich bin ja auch kein 16-jähriger Programmer mehr. Aber mein Gott. Ich finde so, Heroes of the Storm... Ob man da jetzt 30, 40, 50, 60 ist. Wenn man da Grundverständnis hat, dann kann man hier gut mitspielen. Also, ne? Das seh ich jetzt nicht so. Aber wenn man halt einen Ego-Shooter hat, so ein Counter-Strike oder so ein Call of Duty, wenn deine Reflexe dann immer so fit sind, dann... Ja. Müsst du eine Renten der Liga geben? Ja, ich weiß, was du meinst. StarCraft II, aber auch WarCraft III ist so schnell. Du musst so schnell, du musst so viel anmachen. Du musst so fix sein. Du musst das wirklich auswendig können. Die Build-Orders und so. Ja, ich weiß das alles. So, ich würde sagen, ich gehe mal hoch. So, aktivieren, um schadenautomatische Angriffe zu erhöhen. Erhöhte Fläschenschaden und seinen Radius-Überlagungsmodus. Ich habe die APM auch nicht mehr dafür. Wir haben früher, als WarCraft III neu war, haben wir auch oft auf Turnieren gespielt. Auf LAN-Partys und waren da auch ganz, ganz gut dabei. Ja, also Platz 2 und Platz 3 oft, wirklich sehr, sehr oft und da waren viele, viele Spieler mit dabei. Wir haben auch oft in Battle.net abends gespielt. Waren wir einmal Platz 1 auf einer LAN? Ich weiß es gar nicht mehr. Also, wir sind, war, jeden Monat waren ein bis zwei LANs und da waren wir dann und waren da immer bei den Turnieren mit dabei. Das war echt schön. Unter anderem, weil du dich auch mit den Leuten danach immer unterhalten konntest. Nicht irgendwie beleidigen, sondern du bist echt hin. Oh, gut gespielt, das hätte ich nicht gedacht, dass du die Taktik so gemacht hast und da sind wir nur noch gut zurückgekommen oder so. Das war echt schön. Da habe ich es verkackt, dir falsch hast du zurück, weil D ist Belagerungsmodus. Mach das! Arthur, dir viel Erfolg. Auf jeden Fall, ne? Mach noch die Dailies fällig und dann wechsle ich das Spiel. Oh oh. Ich wurde angecharged. Und ich hatte noch Cooldown. Eisladen, danke dir für deinen Support. Ich bin ja, ich bin, ich bin ja auch bei, äh, Freunden und Kollegen immer mal gerne im Lurk, wenn ich selbst was zocke und nicht gerade streame. Wenn ich selbst streame, dann reicht das meistens nicht, da noch irgendwo im Lurk zu sein. Es sei denn, ich spiele halt mit denen, dann fädle ich es irgendwie ein, aber. Aber dann habe ich halt den einen halt, mit, mit dem Lurk. Oder gucke ihm aktiv mit einem anderen Monitor zu, weil es dann Sinn macht. Ja. Auch schon wieder eine Mie, ne, auch schon wieder Mingli. Li Ming? Irgendwie. Li Ming war's, ne? Wechselte immer. Kommt, wir nennen einen Charakter nach einer South Park Folge. Geile Idee. Nicht. Er schießt. Ja, wie heißt der denn jetzt? Li Ming. Und Mingli war der Charakter, den South Park kurz eingenommen. Äh, den Cartman kurz eingenommen hat. Automatisch Angel-Angels-Modus heilen. Jo. Erhau. Ja, der bleibt hier halt, unsichtbar. Na, hallo Herojäger, schön, dass du reinschaust. Mir geht's gut, und dir? So, was haben wir denn hier? Ja, ich bleib. Bleib nicht hier oben. Doch, ich bleib hier. Wir haben jetzt ein Camp gemacht. Das wird eh idiotisch. Nö, 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 nö. Okay, der hat noch einen gekillt. Ich wollte sagen, mit wie viel HP kommst du hier denn an? Ich wollte ihm ja schnell hier weg. Äh, bewegen, ja, bewegen. Wir haben hier ein bisschen mehr Stun jetzt in der Runde. Ich weiß, was die vorhat. Ihr habt die Kugel schon fliegen sehen. Aber musste früher aufstehen hier, um mich damit zu treffen. Beide Schultern verspannt. Ich hab, nee. Herojäger hab ich noch nicht geschafft. Ich hab's als mal bei einer geschafft. Das ist dann eher so, wenn man Urlaub hat und pennt. Und man müsste aufstehen, ist aber faul und dreht sich noch fünfmal rum. Und dann ist irgendwie Nachmittag. Und dann, dann merkt man, oh fuck, die Schulter verlegen. Zu lange gelegen. Ja, aber eine hab ich geschafft. Zwei hab ich noch nicht hingekriegt. Also das ist, äh, Respekt. Schon wieder der Unsichtbare. Und Gul'dan auch noch mit dabei. Das wird ja ein Trauerspiel hier eigentlich. Also, von den gegnerischen Helden, da müssen wir das eigentlich verlieren. Ja, jede, jede Bewegung zu drehen. Das glaub ich dir. Ah, bricht er schon ab. Die Feige, Sau. Da bricht er ab. Lass du mich mal bitte hier in mein Gras. Hallo? Ah, okay. Wir kommen dazu. Choose a talent. Belagerungsschuss über das Schlachtfeld. Napalm. Das ist ne gute Frage. Ich glaub Napalm nehmen wir. Der feedet doch. Was macht denn der? Ja, das muss aber auch nicht sein. Tut mir leid. Also ich gewinne ja gerne, aber, aber nicht so. Wenn wir noch Camps, die wir machen können. Den dicken. Nachbarn war glaub ich fies. Ach, Hogger ist auch da. Ah ja, Hogger ist da. Natürlich ist Hogger da. Ist die Nutzung von Napalm nicht verboten. Ich sag mal so, im Krieg und der Liebe ist alles erlaubt. Aber hier ist es auf der Storm sowieso. Aber sonst ist es eigentlich nicht mehr erlaubt, ja. Nicht mehr erlaubt, ja. Oh ja, weihder. Komm. Habe ich mein Team gerade ganz gut ab. Das gefällt mir. Dann helfen wir mal mit hier. Er ist schon fies. Steht aber hinten und pretzt mit. Choose a talent. Was haben wir denn? Die Angriffe im Lagenmodus verringern. Die Abklingzeit von Schubdüsen. Das sind Spermien. Ich glaube Schubdüsen ist besser. Gucken wir uns mal noch Heilung hier oben. Der eine fehlt glaube ich auch. Das ist glaube ich ein Bot. Der immer rein rennt. Und es ist Malta. Ne Malta ist bei uns. Gul'dan ist es ja. Gul'dan ist wohl ein Bot. Der immer nur rein rennt. Es ist seit 1980 Kriegsverbrechen. Naja gut. Du musst doch erst mal beweisen. Dass das eingesetzt wurde. Das war ich nicht. Aber Den 70ern auf jeden Fall Woods Den werde ich melden. Der macht denen das ganze Spiel kaputt. Kann ich den hier melden? Spieler melden. Lässt sich absichtlich töten. Gott. Ja die waren da einfach einer weniger. Dann macht es halt keinen Spaß. Wie nimmst du das nicht selber auf? Klar nehme ich das auf. Geo Jäger. Alle meine Streams nehme ich immer auf. Ich laden nicht immer alle hoch. Ja also. Beziehungsweise. Wenn ich so hochladen. Schalten sie dann immer automatisch frei. Also. Ich glaube von allen Streams. Habe ich vielleicht 5 Stück nicht hochgeladen. Oder 5 Stück nicht freigeschalten. Nach dem hochladen. Weil ich gesagt habe. Das. Macht so echt keinen Sinn. Ja. Diese. Diese eine Folge von. Ach Beweise gegen mich. Das Heroes of the Storm. Ey so viel Napa schmeißen. Wie ich will. Ja dann. Wen soll ich da voten? Die waren alle gut. Aber der andere hat auch. Der andere hat das auch gefeelt. Ja. Also. In der Hinsicht. Gab es 600 Gold. Warum? Weil wir die beide jetzt abgeschlossen haben. Und nur eine Beutetruhe gekriegt. Ich habe Bock auf noch ein Spiel. Ein, zwei Mal noch. Mitten auf Starcraft. Dann haben wir alle Dailies weg. Da können wir mal gucken. Was uns die nächsten Tage wieder erwartet. Wir machen die Beutetruhe. Aber erst mal auf. Wir gucken mal was da schönes drin ist. Och. Alles irgendwie scheiße. Wobei der DWA beinahe ist noch ganz witzig. Annehmen. Da kann ich nämlich sagen. Bei meinen Helden. Unter Overwatch. DWA. Du kriegst unter Set. Als Banner. Von Overwatch. Kriegst jetzt seinen eigenen. DWA-Banner. Doch. Wachtmeisterin. Wir nehmen den. Fast besser zu dir. Hätten wir einen anderen Skin. Und die Standard-Skins. Man kann das wechseln in blau. In rot. Rot hat schon wieder was von diesem einen Anime. Wie hieß der hin? Evangelion. Neon Genesis Evangelion. Oder so. Ist auch ein geiler Skin. Skins mäßig. Ich sag's mal wieder. Ist Overwatch und Heroes of the Storm. Für Cosplayer. Ein Fest. Ja. Wer sich da austoben will. Hat echt die freie Auswahl. Das ist echt geil. So. Auch wenn es jetzt hier nur unterschiedliche Farben sind. So. Wir machen noch ein Spiel mit einem Starcraft-Held. Und ich hab noch Bock auf Rainer. Ah. Die ist auf Stufe 13 gekommen. Das war cool. Hat sich gelohnt. Phoenix. Ist da noch irgendwas dabei? Wo ich sag, hätte ich super viel Bock drauf. Aber ich glaube. Ja. Die zwei eigentlich auch so ein bisschen. Aber wir machen nochmal Rainer. Ready to roll out. Haben wir noch einen anderen Skin? Moment. Das ist der hier. Cowboy-Skin. Die Standard-Skin sind eigentlich auch ganz geil. Der ist schon fast einen Ticken too much. Fast. Das hab ich nicht auch den normalen. Doch hier, ne? Ohne Rüstung, ja. Was ist das hier? Ach du Scheiße. Als alter Cowboy. Als ja. Als grüner Soldat. Wer die noch kennt. Abgepackt konnte man so grüne Soldaten kaufen. Rote Haare. Ist da ja schon wieder was für mich? Hab ich nicht. Hunde wäre jetzt nichts, aber. Ah, ne. Captain America und so. Quatsch. Das Humbug ist man. Okay. Ne, wir bleiben bei ihm hier. Kommt. So. Ich geh mal kurz was loswerden. Gleich wieder da. Ich geh mal kurz was loswerden. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. So, du hast noch welche Hero Jäger, ja? Ich hatte die, glaube ich, als ich ganz klein war. Im Sandkasten haben wir damit alles gespielt. Am Spielplatz. Mit diesen grünen Panzern auch. Wir hatten ja nichts. Ich glaube, heutzutage sitzen die Kids echt nur noch am Smartphone. Und kennen den Sandkasten nur aus Serien und Filmen. Ich meine, gut, jetzt aktuell. Naja, das ist für eine andere Geschichte, aber generell. Und Hanamura, wie ich diese Map so liebe. Und ich sage es immer wieder. Gib mir ein Veto-Recht für Maps bei Heroes of the Storm. Bitte. Mir würden zwei reichen. Zwei. Zwei Stück, wo ich auf Anhieb sage, bitte nicht. Das sind übrigens beides Overwatch-Maps. Fällt mir gerade ein. Ansonsten. Ja, sagen wir drei. Gib mir drei Vetos. Drei. Ich suche auch lieber 30 Sekunden Länge. Ich suche auch eine Minute Länge. Ist kein Problem. Aber gib mir Veto-Recht. Dir reicht ein Veto-Recht. Welche Map magst du denn nicht, Arthur? Hanamura. Ja, ich finde Hanamura schrecklich. Dieses Escorter-Payload und das Payload-Gegänke da. Das ist für Overwatch ganz okay. Ich finde es für Heroes of the Storm ist es einfach nicht meins. Es gibt hier zwei oder drei Overwatch-Maps. Ich glaube zwei. Die mag ich beide nicht so. Select a talent. So, was haben wir hier denn? As-M-R-B-L. Passiv. Erhöht den verursachten Schaden gegen Verlamsamte und betäubte Helden. Quest. Mit dem erhöhten Schadensbonus gibt es saures jedes Mal ein Prozent, wenn das Hauptziel ein Held ist. Und Kammerjäger, was ist das? Erhöht den automatischen Angriff gegen Diener, Söldner und Monster. Na, das machen wir nicht. Also ich glaube die Quest ist eigentlich ganz gut. Wobei As-M-R-B ist auch noch ganz geil. Verlamsamte und betäubte Helden. Und ich versuche sie ja zu betäuben, ne? Ich nehme trotzdem die Quest. Bei Quests bin ich immer dabei. Aber ich muss, ich werde einfach nicht, ich komme damit nicht klar. Wie kann ich Heroes of the Storm so hübsch machen? Und wie kann ich Warcraft 3 Reforged im Reforged Modus so hässlich machen? Das muss man erstmal hinkriegen. Auch wenn das eine andere Firma gemacht hat, die Grafiken eingekauft wurden und sie nah am Original bleiben wollten. Es tut mir leid, es ist... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Der nackte Zeig ist... Oh, und wo war das Spiel verlassen? Gut, der kommt wahrscheinlich gleich wieder. Ich hab dir gerade noch aktiv mitgespielt. Das dachte ich mir schon fast. Na, der ist leider AFK. Aber wird der da nicht vom Bot gespielt? Ich glaube, wie ist das? Ah, Zeig ist das schon böse. Okay, er hat jetzt gepinkt, dann folgt er ihm. Gut, wenn der nicht wiederkommt, dann hast du es eigentlich auch schon so gut wie verloren, weil... Wir sind einfach einer weniger, ne? Wir sind ja nicht so gut wie schnell. Jetzt kriegt er mich. Ah, Sack. Uh, knapp, 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 knapp. Schnell weg hier. Wer ist denn der allein beim Payload? Wer hat denn da laggesoffen? Okay, ich komme mal runter, mal gucken. Aber das wird, glaube ich, nichts. Oh, cool, er kommt. Oh, cool. Oh, cool. Marsch. Ah, okay. Seh dich. Oben rennt noch was. Ja, sehr schön. Hanamura, beste Map, habe ich es schon gesagt. Natürlich nicht, ich mag sie immer noch nicht. Äh, was ist das? Verruhigert im Wirkungsbereich. Brustkaliber aktivieren, um Durchschlag-Tommolition zu verstärken. Was wäre das? Ach, scheiße. Pass es, wenn ich extra ein Spell aktivieren muss. Ja, aber will das hier noch was, oder was? Fisch der im Nachkampf zu, oder was? Wow, nur was wir die Sicht haben, oder was? Darauf habe ich mit sie gekämpft. One in the chamber. One in the chamber. One in the chamber. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Fine, you can learn X Was ist das? Was ist das? Was ist das? mehr Panamura. Ne, der ist zu hart, der ist zu hart. Den packe ich nicht. Ne, waren wir zu angeschlagen. Da waren wir zu angeschlagen. Ah doof. Ich bin zurück. Haben wir das da unten. Ja warum bist denn du jetzt noch gestorben? Ah ne, er hat noch einen gekillt. Okay. Jetzt stimmt er noch. Warum bist denn du jetzt gestorben? Ist der wieder rausgeflogen oder was? Pfff, ja. Wann ist denn dieser... Boss so hart, dieser Mob so hart? Jetzt aber. Gibt es ja noch was zum heilen? Oh wir müssen hoch. Fack, 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 fack. Ich weiß nicht, Jaina in diesem Winter-Outfit... Naja. Gibt schlimmere Skins, aber ich finde es gibt auch schönere. Vorheilung vom Brunnen. You can count on me. Select a talent. der Talent. Na hopp, dann machen wir das mal. Den Turm hätte man ja Dümmer nicht setzen können gerade. Oh, jetzt gehen sie aber ab hier. Scheiße. Wir haben ja guten Damage drin, aber den Turm hätten sie besser im Hintergrund gesessen. Müssen wir warten bis die wieder da sind. Wir können gerade nichts machen. Was machst du denn, Nova? Ach, das war doch dämlich. Das war doch dumm. Wenn du jetzt nicht auch noch rein. Ja, sorry, aber bei so Teammates brauche ich keine Gegner. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was der Typ sich hier jetzt gedacht hat. Das war einfach dumm, weil jetzt kommen die zwei und jetzt wären wir zu viert gewesen. Die hätten wir halbwegs was reißen können. Aber so kann ich jetzt hier, jetzt werde ich hier wahrscheinlich auch sterben. Ja, also. Ich muss das denen jetzt übergeben, weil die sind beide dumm gestorben. Die Nova hätte überleben müssen. Warum rennt die allein da rein? Was ist das für ein Quatsch? Und, ähm. Guck mal her, machen wir das Camp hier. Ah, da kommen sie schon. Boah, keine Chance. Alle hier. Ne. Ne, wir haben gut angefangen. Aber jetzt lässt mein Team einfach nach. Kann man Soda ja nicht anders sagen. Sind zwar noch zwei, drei gute Kills mit dabei, aber... Ah, jetzt haben sie auch ganz gut aufgeräumt. Okay. Aber das gerade in der Mitte haben wir unbedingt verloren. Das hätten wir haben können, das Payload. Dann haben wir uns gut abrasiert. Dann haben wir uns einmal regroupen müssen hier unten. Dann zum Gegenschlag hätten sie es nicht gekriegt. Da sind sie aber schon dran im Camp, ne? Ja. Erstmal reingerannt. Ah, okay. Oder so. Hm. Select a talent. Was haben wir denn? Durchschlagsposition verursacht mehr Schaden und halt Rainer. Sehr gut. Aber was hast du denn davor, Junge? Ah, das Camp ist da. Dammit. Geh weg hier, weg hier, weg hier. Schnell. Aufmauten und weg. So, das dürfen wir jetzt nicht verkacken. Ja mein Gott, Portenware geht schneller. Ach, gleich wieder da. Ja. Morgen dieses Camp auf jeden Fall. Mach nicht allein das Payload, Junge. Mach nicht allein das Payload. Boom, 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 boom. Wir sind so tot. Puh. Ist leider nur eh los. Sehr gut. Sehr gut. Ach ja, was eine gute Idee ist. Genau, könnte passen. Junge, ich kann dir nicht helfen. Ich kann dir nicht helfen. Ich hab's gut getan, wie ich konnte, aber nicht gegen alle. Ja, fast alle. Die dominieren die Map. Die Zahlen oben, welche Zahlen meinst du? Die in der Mitte? Das ging verbessert. Versteckautomatische Angriffe. Ja, das machen wir. Die Zahlen oben steht für den Level des Teams. Unser Team hat Level 20. Haben alle Helden Level 20. Und die Gegner haben jetzt 19. Dann haben die 19 Level. Also du hast hier kein Level für deinen Helden. Sondern... Sondern du hast hier... Wer ist denn dieser Schneemann? Was geht mit dem? Wer ist der hier? Du hast hier halt ein Team Level, anders als bei LOL oder bei Dota. Da hat jeder Helden sein eigenes Level. Und so levelst du halt... Auf den Lanes kriegt die Erfahrung das gesamte Team. Was ich ein bisschen besser finde, weil... Du hast doch nicht einen, der super geil am Schluss alles alleine rockt, sondern... Du hast halt dein Team, das er ein Level hat, ne? Aber ich bräuchte noch ein bisschen Heilung. Ist hier noch ein Brunnen? Schade, nein. Komm mal heilen wir uns so. Ist ja cool dann vielleicht wieder ready, wenn der nächste Kampf ist. Aufs Mord drauf. Gibt da einer? Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Rainer ist halt auch so ein... Ich will nicht sagen ein No-Brainer-Held, aber du stehst halt hinten... Und ballerst. Ja, und... Hast du ein paar Spells, die kannst du einsetzen. Hast du ein paar Fähigkeiten. Das ist auch voll und vollkommen okay. Aber es ist jetzt nicht so, als müsstest du... Ja, wenn du hinten stehst, dann lass dich in Ruhe. Bist auch nur ein nerviger Damage-Stiller. Nerviger Drecksack. Ist da eine Mauer, die auch noch weckt, dass die Sicht wieder eingeschränkt wird. Das könnten wir eigentlich Ende machen. Ist das der Held? Oh ja, ist es. Ah, wir haben's. GG! Ja, ey... Was heißt langweilig? Das ist... Das... Das ist... Das Geschmackssache. Arthur, ne? Das Geschmackssache. Ich finde ihn ganz lustig. Aber anspruchsvoll ist anders, ey. Das stimmt schon. Das stimmt schon. So... Ah, der Batscher war ganz gut dabei. Den kann man wohl... So. Dailies gab's auch noch mal. Wir nähern uns wieder den 20.000. Und... Das Geschmackssache-Hero jeder, ne? Der eine mag das Spiel, der andere mag das Spiel. Ich finde das mal so ein bisschen ganz entspannt. So im Team zu kämpfen. Die Helden... Die Felden freizuschalten. So ein bisschen zu leveln. Finde ich... Finde ich ganz relaxed. So. Äh... Ich werde auf jeden Fall heute noch Overwatch machen. Aber das wahrscheinlich gegen Ende. Ja, das heißt, ich mache jetzt noch eine Stunde, eineinhalb. Wechsle ich jetzt zu Immortals, Phoenix Rising. Da gibt's auch noch ein bisschen was zu tun. Und danach am Schluss noch ein bisschen Overwatch geballere am Ende. Deswegen ist jetzt für Overwatch... Äh... Overwatch... Quatsch. Für Heroes of the Storm an dieser Stelle hier Schluss. Wer Bock hat am Stream, bleibt dabei. Ähm... Sieht nur so aus, als wär's zu Ende. Deswegen für alle, die dabei waren... Äh... Quatsch, die das nachgeschaut haben auf YouTube. Bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist FitzFuchs. Und in dem nächsten Livestream oder Video. Wir sehen uns auf unten und beim LXT Video.